Wir sind auf dem Make Ost-Württemberg, weil sie innovativen Menschen in einer innovativen Region mit innovativen Unternehmen eine Plattform bietet, um sich auszutauschen und Besucher für die Trends und Technologien der Zukunft zu begeistern. Als Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen Firmengeschichte wissen wir, wie wichtig Innovation als Antwort auf sich verändernde Rahmenbedingungen sind. Wir teilen auf der Make unsere Begeisterung für Innovation mit den Besuchern und freuen uns gleichzeitig über den Austausch, weil wir von jedem Teilnehmenden auch immer etwas für uns lernen können. Seit knapp 80 Jahren sind wir am Standort in Neresheim gewachsen und haben aus vielen Ideen erfolgreiche Produkte entwickelt, mit denen wir alle tagtäglich ganz unbewusst in Berührung kommen. Im Auto, in LKWs, in der Medizintechnik, im Hometrainer, in Waschmaschinen und ganz vielen anderen Anwendungen. Wir sorgen Spurenkörper und Gehäuse von Weißer in Sensoren, Motoren, Magneten und Transformatoren dafür, dass elektrotechnische Anwendungen reibungslos funktionieren. In unserer Miniaturfabrik zeigen wir euch, wie wir jährlich über 400 Millionen Teile herstellen, die weltweit unverzichtbar sind. Erlebt, wie wir Innovation real werden lassen und freut euch auf unsere disruptive Innovation für den industriellen 3D-Druck. Das gibt's nur auf der MEG. Mit unserer Erfahrung aus dem Kunststoffspritzguss wissen wir, wie Technologieentwicklung aussehen muss. Deswegen gelingt es uns, mit industriellem 3D-Druck gefertigte Serienbauteile flexibel in Form und Design über Nacht und in großen Stückzahlen herzustellen. Wie das geht und was es für die Produktion der Zukunft bedeutet, seht ihr an spannenden Anwendungen aus der Praxis und hört ihr bei unserem Fachvortrag Industrieller 3D-Druck, wie disruptive Innovation gelingen kann. Oder ihr kommt einfach vorbei und seht einen unserer 3D-Drucker in Aktion. Wir freuen uns auf inspirierende Gespräche mit euch auf der MEG am 22. und 23. Juli.